Wie sensibel ist dein Körper? Hast du ihn schon einmal dafür benutzt und bewusst eingesetzt, um dein Tier noch besser zu verstehen und ihm klarere Signale zu senden? Heute gebe ich dir Tipps, wie du die intuitive Verbindung zu deinem Tier stärkst, indem du nicht nur deine inneren, sondern eben auch mal deine äußeren Sinne mit einbeziehst. Seite an Seite, der Podcast für dich und dein Tier. Du bist hier richtig, wenn du dein Tier liebst, wenn du es besser verstehen und Probleme gemeinsam mit ihm lösen möchtest. Lerne und wachse gemeinsam mit deinem Tier. Ich bin Sonja Neuroth und ich begleite euch gern ein Stück des Weges. Auf geht's! Herzlich willkommen zur heutigen Episode. Ja, vielleicht hast du dich schon einmal mit Körpersprache beschäftigt. Falls nicht, ist das überhaupt nicht schlimm, denn in dieser Episode geht es eigentlich gar nicht um Körpersprache im klassischen Sinne, wie man das vielleicht oft lernt. Es geht auch nicht darum, dass du die Körpersprache deines Tieres deuten lernst, sondern ich möchte dir eben wieder einen intuitiven Zugang zu der ganzen Sache geben. Das heißt, du brauchst heute kein Vorwissen, sondern kannst dich einfach mal darauf einlassen, was jetzt gleich kommt. Ich möchte dich dazu ermutigen, deinen Körper mal als ein zusätzliches Wahrnehmungsmedium, als ein Instrument zu sehen, um die Signale deines Tieres noch klarer zu empfangen und andersherum deine Ausstrahlung noch zu verstärken, damit dein Tier auch noch klarer spüren kann, was du ihm mitteilen möchtest. Wir werden uns jetzt erstmal anschauen, dein Körper als Wahrnehmungsinstrument, wie kannst du ihn dann nutzen. Dann auch deine Ausstrahlung, was hat deine Ausstrahlung mit der Kommunikation mit deinem Tier zu tun und was verstehe ich unter Ausstrahlung. Und zuletzt gibt es wieder Tipps von mir, wie du deinen Körper noch mehr einbeziehst, um mit deinem tierischen Begleiter auch auf der intuitiven Ebene noch besser zu kommunizieren. Also was kann denn jetzt dein Körper als Wahrnehmungsinstrument dazu beitragen, dass du eine noch bessere Verbindung, Beziehung zu deinem Tier führen kannst? Wie du vielleicht weißt, ist der Schwerpunkt meiner Arbeit vor allem in dieser intuitiven Beziehung zwischen Mensch und Tier begründet und auch die Kommunikation über Telepathie, über Emotionen, über innere Sinne. Und da ist natürlich immer die Frage, ja wie kann ich denn jetzt überhaupt mein Tier verstehen, wie geht das denn überhaupt? Und das ist ganz einfach, indem du die Sprache wählst, die ihr beide versteht. Indem du die Sprache nimmst, in der ihr einen gemeinsamen Nenner habt, die ihr beide wahrnehmen könnt. Tiere funktionieren ja weniger über Logik und über gesprochene Sprache, sondern sie nutzen sehr viel ihre Sinne, ihre Instinkte, die inneren Sinne, womit ich meine, ja die Instinkte, die Empathie, die Telepathie, aber eben auch die äußeren Sinne, zum Beispiel riechen, schmecken, hören. Die äußeren Sinne sind ja sogar bei den Tieren oftmals noch besser ausgebildet als bei uns. Ja gut, die inneren Sinne eigentlich auch. Tiere sind noch mehr darauf angewiesen, ja zu spüren, was um sie herum vor sich geht, noch achtsamer und wacher zu sein. Aber wenn du dich jetzt mehr auf die Sinne konzentrierst, um mit deinem tierischen Begleiter zu sprechen, Kontakt aufzunehmen, dann mach dir einfach immer klar, ja, wir Menschen haben diese Anlagen auch. Denn eigentlich funktionieren unsere Körper da ziemlich ähnlich, die Emotionen funktionieren ähnlich bei Tieren und Menschen, auch wenn das Verhalten dahinter anders ist. Nur dieses Denken, das darüber nachdenken, die logische Sprache, das logische Denken, das ist eher bei uns Menschen. Aber der Ursprung davon, also das, was zuerst gespürt wird, das haben wir Menschen genauso in uns. Und vielleicht ist das zunächst einmal ungewohnt für dich, wenn du dir jetzt denkst, okay, dass du dich noch mehr auf deine Sinne konzentrierst, die noch mehr wahrnimmst. Und dennoch, man kann es üben, man kann diese Sinne wieder schärfen, denn das ist wie ein Muskel, der oftmals nicht richtig trainiert wurde. Und wenn man ihn dann wieder trainiert, dann wird man da eben stärker, dann nimmt man noch viel mehr wahr als am Anfang. Außerdem ist diese Kommunikation zwischen dir und deinem Tier, die findet sowieso immer schon statt. Also dein Tier spürt sowieso, welche Signale von dir kommen. Und oftmals hast du ja auch wahrscheinlich so eine Vorahnung oder so ein Gespür dafür, was dein Tier dir jetzt sagen möchte. Oder was es jetzt braucht, wo vielleicht andere außenstehende Menschen das gar nicht so genau mitbekommen können. Und genau da wollen wir ansetzen und das noch ein bisschen mehr schärfen. Ja, und bei meiner Arbeit, während meiner Arbeit, beschäftige ich mich natürlich sehr mit diesen inneren Sinnen. Also wie kannst du zum Beispiel dich auf deine Herzregion konzentrieren und da noch mehr mitbekommen, was dein Tier dir sendet. Diese feinen Schwingungen auch. Aber das Ganze bekommt noch eine weitere Dimension, die man nicht außer Acht lassen sollte. Nämlich, wenn man sich auch noch für das Gespür des Körpers öffnet. Und wenn man auch noch schaut, ja, welche äußeren Sinne sind denn da noch an meinem Körper? Wie kann ich denn noch Kommunikation wahrnehmen? Es gibt viele tolle Übungen, wie man mit Tieren kommunizieren kann, wie man intuitiv diese Verbindungen stärkt. Ich habe auch einige davon auf meinem Blog, auf meinen Seiten. Ich habe Meditationen und so weiter und so fort. Aber manchmal stößt man damit an seine Grenzen. Vor allem, was jetzt so das Senden angeht. Und wir Menschen machen das manchmal sehr kompliziert. Dann wollen wir es unbedingt richtig machen. Dann wollen wir unseren Tieren zum Beispiel ein inneres Bild vermitteln, was wir uns jetzt von ihnen wünschen. Dann richten wir uns darauf aus, zum Beispiel, dass das Tier ganz entspannt neben uns entlang geht. Und dass wir da schön Gassi gehen können oder was auch immer. Aber dann kommt es vielleicht nicht so ganz an bei dem Tier. Und dann kommen so die Zweifel. Ja, klappt das denn überhaupt mit dieser Art von Kommunikation? Bekommt mein Tier das überhaupt mit? Zeigt das Ganze überhaupt eine Wirkung? Und oftmals ist es so, dass diese Übungen schon super funktionieren. Aber man muss sie noch mehr trainieren. Und dass sie eben noch viel besser funktionieren, wenn du dich zusätzlich dazu, zu dieser inneren Ausrichtung, auch auf deinen Körper konzentrierst. Weil wir oftmals im Körper nicht präsent genug sind. Und das ist dann schwer für die Tiere zu greifen. Und wenn wir nur in unseren Gedanken da irgendein Konstrukt haben, was wir uns jetzt vielleicht mal vorstellen. Aber unser Körper strahlt vielleicht noch was ganz anderes aus. Zum Beispiel möchtest du deinem Tier Sicherheit vermitteln. Aber dein Körper merkt, dass du eigentlich noch unsicher bist. Dass die Situation gerade neu für dich ist. Dass du nicht weißt, was du machen sollst. Und der Körper strahlt dann eben eine andere Sache aus. Nämlich, dass du noch angespannt bist. Und dass du dir Sorgen machst oder Ängste, was auch immer. Worauf soll das Tier dann reagieren? Was ist präsenter? Wenn du nicht deinen Körper mit ins Boot holst und ihm dabei hilfst, eben das Gleiche auszusenden, wie das, was deine Gedanken, dein Geist aussenden möchten oder deine Emotionen, dann wird das nicht viel. Wird das nicht gut gelingen? Weil dein Tier dann, ja, sich eben immer nach dem richtet, was es gerade stärker spürt. Und das ist oftmals der Körper, weil der Körper auch diese unbewussten Dinge ausstrahlt, die wir vielleicht gar nicht bewusst mitbekommen. Deswegen geht es immer erstmal darum, präsent zu werden. Sich klar zu werden, hey, was ist denn bisher meine Ausstrahlung gewesen, auch über meinen Körper? Und was möchte ich stattdessen jetzt? Und wie kann ich das so klar wie möglich auf allen Ebenen kommunizieren? Denn vielleicht ist es dir schon aufgefallen, dass wir oftmals wirklich angespannt durch die Gegend rennen. Und dann erst am Ende des Tages merken, oh, heute war ich aber wirklich angespannt und irgendwie habe ich vielleicht auch komisch gesessen oder was auch immer, was meinem Körper nicht gut tat. Und das haben wir die ganze Zeit übergangen und haben das nicht gemerkt. Aber die Tiere merken das natürlich, können schon kleinste Muskelanspannungen merken. Vor allem natürlich die Pferde, wenn du auf dem Pferd reitest, das merkt es sofort, wie du drauf bist. Also ist die Frage, wie achtsam bist du täglich in deinem Körper mit deinem Körper? Nimmst du seine feinen Signale und auch seine Bedürfnisse wahr? Also spürst du, was dein Körper gerade braucht und was er dir sagen möchte? Oder bist du eher mit Denken beschäftigt? Also ich selbst kenne das sehr gut. Ich ertappe mich auch immer wieder dabei, dass ich mal wieder nicht genügend auf den Körper geachtet habe. Egal jetzt, ob das mal zu wenig Trinken gewesen ist, dass ich da nicht drauf geachtet habe. Oder eben etwas, was mein Körper mir mitteilen wollte. Wo ich, wenn ich darauf geachtet hätte, eigentlich in einer viel besseren Gesamtstimmung hätte sein können den ganzen Tag über. Auf welche Art und Weise kommuniziert denn unser Körper eigentlich mit uns? Also das kann sein, dass du zum Beispiel Verspannungen bekommst oder dass man eine Krankheit bekommt oder einfach nur ein komisches Unwohlsein. Wenn irgendetwas nicht stimmt, wenn zum Beispiel Emotionen im Körper festhängen, die wir gar nicht so bewusst wahrnehmen, annehmen. Oder wenn eine Stimmung oder eine Situation für uns nicht gut ist. Wenn wir uns immer wieder in Situationen begeben, wo wir eigentlich wissen, ja es tut mir nicht gut, aber wir quälen uns dann dadurch. Zum Beispiel der falsche Arbeitsplatz oder der falsche Partner, was auch immer. Und ja, diese innere Anspannung wird dann natürlich immer schlimmer und immer stärker, je nachdem, wenn du eben nicht drauf hörst. Andererseits kann es aber eben auch so ein inneres Kribbeln, so ein Freudenkribbeln geben. Oder so ein Gefühl von, ja das ist einfach richtig für mich. Wenn du etwas oder jemanden triffst, wenn dir etwas begegnet, wo du spürst, ja das ist genau gut für mich. Und auch das sind ja feine Signale und es kann dir so weit weiterhelfen im Leben, wenn du darauf achtest. Wenn ich systemische Aufstellung oder Familienaufstellung für Tiere mache, für Menschen und ihre Tiere, dann achte ich immer als allererstes auch auf diese körperlichen Signale. Also wenn ich mich einfühle in ein Tier, in einen Mensch, wenn ich da wiedergebe, wie sich derjenige fühlt, dann achte ich auch sehr stark auf meinen Körper. Welche Signale empfängt mein Körper? Will der sich vielleicht anders hinstellen oder fühlt er sich klein, so zusammengedrängt oder fühlt er sich überlegen? Also Sachen, das sind sehr wichtige Hinweise, die mir dann helfen können, diese Stimmung von dem Menschen oder von dem Tier besser, ja, wahrzunehmen und zu kommunizieren. Und auch in der Tierkommunikation, wenn ich mich direkt mit einem Tier verbinde und das Tier frage, wie es sich fühlt, dann kann es sein, dass ich, ja, Signale auch auf der körperlichen Ebene bekomme. Also dass ich dann auch ein inneres Kribbeln bekomme oder eine Taubheit oder heiß, kalt, was auch immer. Das ist natürlich dann eine Sache, wie lernt man jetzt diese Signale zu deuten. Manchmal ist es aber auch ganz eindeutig, dass ich genau an der Körperstelle in meinem Körper Schmerzen bekomme, an der das Tier selbst auch Schmerzen hat. Und das ist natürlich auch eine subjektive Sache. Das ist eine Trainingssache, dass du erstmal übst und nachfragst, welche Signale gibt dir denn dein Körper, wenn etwas wirklich gut für dich ist. Also wenn etwas Freude bereitet, du vielleicht sogar schon Vorfreude auf eine Sache spürst und wenn es einfach so leicht und richtig und stimmig für dich ist. Und welche im Gegenteil dazu, eben wenn du dich selbst klein machst vielleicht oder wenn du dir eine Lüge erzählst oder wenn du eine Lüge hörst von außen oder wenn etwas nicht richtig ist für dich. Wie fühlt sich das an? Und auch mal so mit dieser Unterscheidung zu spielen. Wann ist etwas gut, wann ist etwas schlecht für mich und wie reagiert mein Körper darauf? Also bei mir ist es eher so ein zusammenziehendes Gefühl, dass vielleicht so in der Magengegend, das krampft sich so ein bisschen zusammen. Das ist dann nicht gut für mich. Und so ein Gefühl von, ich werde weiter, vielleicht sogar auch in dem Körper, dass der Körper sich mehr aufrichtet, dass er mehr Raum einnimmt, das fühlt sich gut an. Oder eben auch so ein Aufregungskribbeln, wie ich schon gesagt habe. Und wenn du das unterscheiden kannst, dann kannst du auch schon von deinem Tier besser Signale bekommen. Dann kannst du zumindest schon mal unterscheiden, wenn du deinem Tier eine Frage stellst, so eine Entweder-oder-Frage, möchtest du das oder möchtest du das, dass du dann ganz klar so spürst, okay, die Option fühlt sich stimmig und richtig an. Für mein Tier und auch für mich. Vielleicht kennst du dich auch mit Kinesiologie aus. Da kann man ja auch mit dem Körper zusammentesten, was ist jetzt richtig, was ist stimmig in dieser Situation, was braucht der Körper, was brauche ich und so weiter. Ein weiterer Vorteil von deinem Körper als Kommunikationsinstrument oder überhaupt als Instrument, um mit deinem Tier zu sein und glücklich zu sein, ist auch, dass dein Körper immer im Hier und Jetzt ist. Das heißt, dein Geist, der kann sich alle möglichen Storys überlegen, der kann abdriften, in die Zukunft sich was ausmalen oder in die Vergangenheit was geschehen ist und meist sind damit dann auch noch gewisse Emotionen verbunden und dann kann man sich so richtig schön in eine Story reindenken oder ja, auch innerlich sich Probleme kreieren oder sich ablenken von dem, was gerade ist und immer wieder die Gedanken um eine Sache kreisen lassen und ist überhaupt nicht mehr im Hier und Jetzt. Wenn du aber dich in diesem Moment, also wenn du merkst, oh, jetzt geht es mir gerade schlecht, weil ich ständig an eine Sache denke, die mir eigentlich gar nicht gut tut, dann kannst du da ganz gut wieder rauskommen, indem du dich auf deinen Körper besinnst und indem du dich auf das konzentrierst, was jetzt gerade hier ist. Denn dein Körper kann ja nicht in die Zukunft oder in die Vergangenheit reisen, der ist immer da, wo du gerade auch bist. Und dann kannst du auch diese Emotionen, die da sind, in deinem Körper spüren und schauen, hey, wie kann ich die denn jetzt wieder loslassen? Wie kann mir mein Körper helfen, jetzt das, was ich so unangenehm empfinde, da wieder in die Entspannung zu kommen? Zum Beispiel mit Atemtechnik, Meditation oder einfach indem du dir bewusst vorstellst, so, das fließt jetzt wieder aus meinem Körper heraus. Du bist dann, wenn du dich auf deinen Körper zwischendurch wieder fokussierst, eben mehr im Hier und Jetzt und hast so eine Ausstrahlung von, ja, innerer Entspannung und eine Ruhe und das wirkt sich auch positiv auf dein Tier aus. Tiere mögen das total, wenn wir mit ihnen achtsam sind, wenn wir ein paar Minuten am Tag mindestens mal wirklich anwesend sind, wenn sie bei uns sind, wenn wir, ja, das genießen, mit ihnen zusammen zu sein, wenn wir nicht an etwas anderes denken, sondern diese Zeit voll und ganz den Tieren widmen. Und dann kann auch mehr Vertrauen noch zwischen dir und deinem Tier entstehen. Ja, und wie ich schon sagte, oftmals senden wir auch unbewusst Signal an unser Umfeld, an unsere Tiere. Und wenn man da erstmal herausfindet, was ist denn da gerade, was ich bis jetzt gesendet habe, kann das sein, dass ich vielleicht selber unruhig war und dass deswegen mein Tier auch unruhig war. Dann kannst du es ändern und dann kannst du es zum Beispiel in das Signal von Ruhe, Entspannung ändern und kannst dieses Signal bewusst verstärken lernen, um dich noch deutlicher auszudrücken. Die Frage ist jetzt, wie geht das denn? Wie kannst du jetzt deine Ausstrahlung als Kommunikation mit deinem Tier verwenden? Und ich möchte gerne kurz noch klären, was ich unter Ausstrahlung verstehe. Also ich meine damit deine Körperhaltung, ja, aber die Körperhaltung, die bedingt ist durch deinen inneren Zustand, durch deine Emotionen, die sozusagen dahinter stehen. Denn der Körper nimmt eine gewisse Haltung an, eben weil er das spürt, was gerade da ist. Deine Emotionen wirken sich dann auf deinen Körper aus und eben auch auf dein Energiefeld. Denn Emotionen haben zwei Ebenen. Einmal ist das die körperliche Ebene, das sind die Hormone und so die Signale deines Körpers, dass er weiß, was er machen soll. Dass das Gehirn dem Körper vorsortiert, wie kann er bestimmte Reize einordnen, die gerade um dich herum sind. Was muss der Körper dann tun? Also muss er jetzt fliehen? Muss er Angst haben? Kann er sich entspannen, weil alles in Ordnung ist? Oder vor Freude soll er sich auf etwas freuen? Und das sind dann eben die Hormone, die ausgeschüttet werden. Und so kann der Körper sich in den richtigen Zustand begeben, um bereit zu sein. Entweder für Angriff oder für Wegrennen oder eben für Entspannung. Das ist jetzt mal so ganz vereinfacht. Dann gibt es aber auch noch eine energetische Komponente. Also Emotionen sind eben auch feine Schwingungen und die können auch dein Umfeld spüren. Das kennst du wahrscheinlich auch. Also wenn du zum Beispiel in eine volle U-Bahn gehst und da sind nur noch ein paar Plätze frei und du entscheidest dich sofort intuitiv, unbewusst. Aha, ich möchte mich neben den Menschen setzen oder den Menschen, der wirkt angenehm auf mich, der wirkt nicht so angenehm auf mich, der hat eine angenehme Ausstrahlung. Oder eben auch, wenn jemand den Raum betritt, dass man dann auch schon so unbewusst meist spürt, in welchem Zustand ist er gerade, auch wenn er gerade gar nichts sagt. Ja und Tiere sind auch sehr gut darin, Emotionen auf beiden Ebenen zu erfassen. Also einmal diese körperliche Ebene, dass sie riechen können, welche Hormone werden freigesetzt, dass sie aber auch unsere Gestik, unsere Mimik ein bisschen lesen können, dass sie sich auch zum Teil in uns hineinversetzen können, auf ihre Art und Weise. Und dann aber auch, dass sie einfach diese energetische Komponente ganz fein spüren und wahrnehmen können. Das ist also dann so deine Ausstrahlung, die Signale, die du sowohl an deinen Körper sendest, als auch an alle drumherum. Ja, Menschen und Tiere, manche können es mehr wahrnehmen, manche weniger. Aber so kann jeder ungefähr auch abschätzen, in welchem Zustand befindet man sich jetzt. Natürlich können diese Signale sich auch gegenseitig verstärken oder abschwächen. Wenn du jetzt herausfinden möchtest, welche Signale du deinem Tier sendest, dann hilft es, wenn du dich in diese Situation hineinversetzt. Wenn du daran denkst, also wenn du jetzt eine spezielle Situation erstmal verstehen möchtest, wie ist da deine Ausstrahlung in dieser Situation, dann versetzt dich da hinein und die dort aufkommenden Emotionen, die du dann spüren kannst, die sind Teil deiner Ausstrahlung. Da werde ich gleich auch nochmal näher drauf eingehen. Aber jetzt möchte ich erstmal nochmal zusammenfassen, was wir bis jetzt gelernt haben oder was ich bis jetzt gesagt habe, um dann das Ganze in Tipps für dich zu verpacken, wie du das jetzt umsetzen kannst. Also dein Körper ist zum einen gut, um dich vorzubereiten, um dich in den richtigen Zustand zu bringen, um mit deinem Tier zu sprechen, indem du zum Beispiel ins Hier und Jetzt kommst. Zum anderen ist dein Körper gut, um feine Signale zu empfangen von deinem Tier, dass du spürst, in welcher Verfassung ist dein Tier, das möchtest du dir mitteilen. Und zum dritten ist er gut, um klarer zu senden, also um erstmal festzustellen, aha, was habe ich denn jetzt vielleicht bisher gesendet und sich zu fragen, möchte ich das so? Und dann bei Bedarf eben noch klarer das zu senden, was du tatsächlich senden möchtest. Fangen wir mal mit der Vorbereitung für eine bewusste Kommunikation mit deinem Tier an. Also für das, wie du deinen Körper in die richtige Stimmung, in die richtige Lage versetzen kannst. Dafür ist es immer wichtig, erstmal im Körper anzukommen, wie ich vorhin schon sagte, und deinen Körper und deine Atmung noch mehr wahrzunehmen. Also zum Beispiel deine Füße auf der Erde zu spüren, wie sie da stehen. Wirklich mal die Aufmerksamkeit vom Kopf in die Füße nehmen und ein paar Mal tief ein- und ausatmen und dich dann auch richtig ausrichten, aufrichten. Und dir dann dabei vorstellen, wie sich dabei nicht nur dein Körper aufrichtet, wie du deinen Körper spüren kannst, sondern wie sich über deinen Körper hinaus auch dein Energiefeld weiter ausdehnt und sich größer macht, präsenter macht. Das hilft dabei, dass du ja wirklich mehr so eine Präsenz auch zeigst, dass dich dein Tier auch klarer wahrnehmen kann, dass dein Tier merkt, hey, der oder die hängt nicht die ganze Zeit nur im Kopf, in seinen eigenen Gedanken rum, sondern ist ja tatsächlich hier. Und das macht einfach einen viel größeren Eindruck, wenn du einfach da bist und dieses ausstrahlen willst und zeigst, hier bin ich. Und ja, dann kann sich dein Tier auch viel besser an dir orientieren. Und dann noch wichtig, dich auch immer mal wieder im Alltag darauf konzentrieren. Was braucht mein Körper gerade? Also nimm immer mal wieder bewusst zwischendurch wahr. Frag mal immer wieder in ganz kurzen Momenten, kleinen Momenten. Es muss nicht lang sein. Frag wirklich mal direkt deinen Körper. Körper, wie geht es dir gerade? Was brauchst du gerade? Und mach das dann auch, was da kommt als Botschaft. Also wenn er jetzt kommt, ich brauche was zu trinken, dann trink was. Wenn er kommt, bitte öffne mal das Fenster, damit ich frische Luft bekomme. Dann mach das auch. Und ja, nicht nur, dass du diese Sachen, dass du da gut für dich sorgst, dass du deinem Körper zeigst, ich nehme dich ernst und ich finde dich gut, ich mag dich, ich nehme dich wirklich als Wahrnehmungsinstrument an. Sondern eben auch, dass du ja immer mal rein spürst, gibt es gerade ein Körperteil, was sich vielleicht verspannt anfühlt oder wo ich mich einfach nicht so wohl fühle. Und dann einfach mal mit diesem Körperteil präsent sein. Also nicht gleich wieder denken, oh nein, das ist unangenehm, da will ich gar nicht hinspüren, sondern da bewusst reinatmen und dann mal spüren, hey, was tut sich denn, wenn ich einfach nur das mal wahrnehme und wenn ich bei meinem Körper bin und nicht ihn wieder wegdränge und ihn nicht wahrnehme, sondern da dabei bin. Und dann ist es oftmals so, dass es sich ein bisschen entspannen kann, wenn man den Atem da bewusst in die Stelle rein sendet, dass dann der Körper merkt, ja, mein Signal wird gehört und vielleicht sogar die Botschaft dahinter. Wenn du da nämlich dann ein bisschen Zeit mit verbringst, dann wird oftmals schon ganz klar, was dein Körper dir gerade damit sagen möchte. Du kannst natürlich auch Fragen stellen. Und das wird dir dabei helfen, dass du eben immer feiner wahrnimmst, was ist gerade los, was brauchst du, aber eben auch, wie sind die Signale von deinem Umfeld, die in deinem Körper ankommen. Ja, und dann der zweite Bereich, wie kannst du jetzt noch leichter empfangen? Nein, wie ich vorhin schon sagte, wir haben oftmals so ein gutes Gespür, was richtig und was falsch für uns ist, was sich gut anfühlt, passend stimmig für uns und was nicht so zu uns passt. Und da kann ich dich animieren, mal auszutesten mit ein paar Aussagen, wo du weißt, das stimmt für mich oder das stimmt nicht für mich. Zum Beispiel mit deinem Namen einfach mal den Test machen. Zum Beispiel bei mir, ich heiße Sonja und dann ich heiße Simone oder was auch immer. Und bei beidem schauen, wie fühlt sich das für mich an. Du kannst da einen Referenzpunkt nehmen. Bei mir ist das meist so dieser Bauchbereich, Solarplexus-Bereich. Wenn der sich zusammenzieht, dann ist es für mich nicht stimmig. Wenn es sich ausweitet, ist es für mich stimmig. Du kannst aber auch eine andere Stelle deines Körpers nehmen, da wo du so spürst, da kann ich was wahrnehmen. Und dann mal damit spielen, also mehrere Aussagen, wo du weißt, ja das stimmt und das stimmt nicht. Und da einfach mal gucken, wie reagiert dein Körper da jeweils drauf. Und wenn du das irgendwann drin hast, wenn du weißt, diesem Gefühl kann ich vertrauen, dann kannst du eben auch immer mal wieder an deinen Tierfragen stellen oder über deinen Tierfragen stellen. Fühlt sich das jetzt leicht an? Fühlt sich das wie die Wahrheit an? Oder fühlt sich das wie eine Lüge an? Dass du dann auch mal abfragen kannst, was dein Tier braucht. Und natürlich dann auch immer mal testen, also vielleicht mit einfachen Situationen, wo jetzt nicht gleich das um Leben oder Tod geht, sondern wo du einfach testen kannst, wie reagiert dein Tier darauf, wenn du jetzt das machst, was du als richtig bekommen hast. Und wenn du dann noch einen Schritt weiter gehen möchtest und nicht nur diese feine Unterscheidung zwischen Ja und Nein, sondern noch mehr die Botschaften von deinem Tier auch mitbekommen möchtest, dann kannst du mal folgende Sache ausprobieren, dass du dich auf dein Tier konzentrierst, dich mit ihm verbindest, egal ob es jetzt bei dir im Raum sitzt oder nicht anwesend ist. Das spielt keine Rolle. Wenn du einfach liebevoll an dein Tier denkst und eure Verbindung zueinander spürst, wenn dir das schwerfällt, da habe ich auch schon Meditationen zu, mit denen du dich mit deinem Tier auch verbinden kannst, was du erstmal üben kannst. Aber wenn du dir vorstellst, ihr seid durch eure Liebe miteinander verbunden und du dir dann die Intention setzt zu deinem Tier und sagst, ich möchte dich gerne noch besser verstehen, möchtest du dich für mich öffnen? Und wenn da sich ein gut anfühlendes Gefühl kommt, dass du dann mal vorstellst, wie du die Energie deines Tieres einatmest, also wie du wirklich sie mal zu dir in deinen Körper überall reinziehst, egal wo, also jetzt nicht nur durch deine Nase, sondern überall rein. Und dann mal rein spürst, wie fühlt sich das in deinem Körper an? Kommt da ein Kribbeln, kommt da heiß, kalt, Verspannung oder ja, wie fühlt sich das an? Was ist da für eine Resonanz? Und dann kannst du auch an die entsprechende Körperstelle eine Frage stellen. Du kannst fragen, ja, was bedeutet das jetzt für mich? Frag nach weiteren Infos, nach Gefühlen. Du kannst auch fragen, hat es eine Form? Dieses Gefühl, hat es eine Farbe? Wie würde ich das beschreiben? Du kannst direkt dem Gefühl auch Fragen stellen und da einfach mal so ein bisschen mitspielen. Vielleicht wirst du da nicht 100% genau alles so bekommen, wie es bei deinem Tier ausgesendet wurde, aber du hast ein immer feineres Gefühl dafür. Und du kannst dann irgendwann auch die Tendenzen besser einschätzen, ob dein Tier jetzt zum Beispiel in einer Situation genervt ist oder ob es Angst hat oder welche Grundemotion so dahinter steckt, welches Grundbedürfnis. Und der dritte Bereich, klarer senden. Also dir erstmal bewusst werden, was du bisher gesendet hast. Und das kannst du, indem du an eine bestimmte Situation denkst, die du jetzt erstmal analysieren möchtest und denkst, als wärst du da jetzt drin in dieser Situation. Und dann mal hineinspürst, wie verändert sich dein Körper, deine Körperhaltung, wenn du an diese Situation denkst. Kann es sein, dass du dann so ein bisschen zusammengekauert bist oder guckst du irgendwie weg? Oder was tut sich da in deinem Körper? Ist irgendetwas angespannt? Weil das ist meist dann eben auch genau die Haltung, die wir in der Situation selbst haben, weil unser Gehirn nicht unterscheiden kann zwischen hier und jetzt und zwischen einer Sache, die vergangen ist. Also für dein Gehirn ist das alles jetzt irgendwie aktuell dann da. Und dann mal wieder fragen, was nimmst du in deinem Körper wahr? Welche Emotionen kommen da hoch? Sind weiß die Emotionen, die hochkommen, sind auch in der Situation da? Also wenn das zum Beispiel Frust ist oder Wut oder Traurigkeit oder Ängste, dann ist es meist so, dass wir eben mit dieser Situation diese Emotionen verknüpfen und das in dieser Situation selbst auch haben, dass das Tier genau das auch spüren kann. Denn ja, unterschiedliche Menschen können unterschiedliche Emotionen haben, wenn sie an eine Sache denken. Also es kann sein, dass du eine Katze hast, die in die Wohnung pinkelt und der eine Mensch macht sich sofort Sorgen, dass die Katze irgendwie körperlich was hat und ist dann damit beschäftigt und merkt schon, dass da so generell vielleicht ein Mensch ist, der sich schnell Sorgen macht und der da Ängste hat und dass das Tier das dann auch spürt. Und der andere ist vielleicht erst mal sauer, oh, wieso hat die jetzt da hingemacht und spürt vielleicht auch Frust, weil er sich ja irgendwie nicht richtig gesehen fühlt. Und noch ein anderer, ja, der ist vielleicht da ganz neutral und denkt sich, ach ja, kann ja mal vorkommen, wird schon nichts Schlimmes sein und falls das jetzt öfter passiert, dann kann ich ja immer noch schauen, wie wir da eine Lösung finden. Der ist dann vielleicht gar nicht so sehr mit dieser Sache, ja, verknüpft und da merkt man dann eher, okay, das sind weniger meine Signale, die ich in der Situation aussende, sondern ich muss jetzt noch mehr bei meinem Tier hinschauen, was mein Tier jetzt speziell für Probleme hat. Ja, und wenn du dann dich entscheidest, du möchtest jetzt vielleicht etwas anderes deinem Tier senden als bisher, du möchtest vielleicht Ruhe und Entspannung deinem Tier vermitteln oder du möchtest ihm auch vermitteln, wie ihr beide gemeinsam etwas mit Freude machen könnt und wie dein Tier keine Angst mehr haben muss und so weiter, dann ist natürlich erst mal musst du dir klar werden, ganz genau, ganz klar, was möchtest du deinem Tier tatsächlich übermitteln. Also dich auf das konzentrieren, was du möchtest, auf die positiven Dinge und nicht auf das, was du nicht möchtest. Also wenn dein Tier jetzt irgendein Verhalten an den Tag legt, das du nicht magst, dass du dich dann nicht darüber aufregst, du sollst es nicht mehr machen, sondern stattdessen überlegst, okay, wie könnte es denn stattdessen sein? Gibt es ein positives Bild für unser Zusammenleben? Dass mein Hund zum Beispiel mehr auf mich hört, dass wir mehr im Kontakt miteinander stehen, auch wenn wir draußen spazieren gehen, das erst mal ganz klar haben und dann kannst du deinem Tier innere Bilder schicken, also entweder wirklich visuelle Bilder oder auch von inneren Sinnes eindrücken, von dem, was du ihm vermitteln möchtest, zum Beispiel diese Ruhe oder ein Geräusch, zum Beispiel wenn du deinen Hund rufst und er auf dich hört und dich dann voll auf dieses innere Bild konzentrieren und es zusätzlich noch mit positiven, passenden Emotionen verstärken. Also zum Beispiel Freude oder so Stolz, dass du deinem Tier zeigst, ja toll, dass du das gemacht hast und ich freue mich und es ist doch voll gut, hier mit Leichtigkeit und Freude zum Beispiel spazieren zu gehen. Denn je mehr Emotionen da mitgesendet werden, desto klarer kommt es bei deinem Tier auch an. Und um diese Emotionen dann eben auch über deinen Körper ausstrahlen zu können, kannst du das so machen, dass du dieses innere Bild, was du dann vor dir siehst, das, was du deinem Tier vermitteln möchtest, mit den positiven Emotionen, die damit verbunden sind, dass du die noch mehr in deinen Körper hineinziehst. Also, dass du dir auch wieder vorstellst, du atmest es ein, aber eben nicht nur durch deine Nase, sondern in deinen ganzen Körper so, dass es wirklich diese Energie, diese Emotionen in deinem Körper drin sind und dein Körper dann auch darauf reagiert und das dann umsetzt, übersetzt in deine Körpersprache. Und es ist meist so, dass wir das dann vor allem an einer Körperstelle spüren, dieses Gefühl, das, was wir vermitteln wollen und das da am leichtesten geht. Was auch immer, es kann dein Herz sein, es kann dein Bauch sein, es kann aber auch dein Knie sein oder dein Fuß sein, es ist ganz egal, welche Körperstelle das ist. Aber du kannst dich dann genau auf diese Körperstelle konzentrieren und da auch mal reinatmen und spüren, wie sich dieses Gefühl immer weiter ausbreitet von dieser Körperstelle in deinen restlichen Körper, in dein ganzes Energiefeld, so bis du wirklich umgeben bist von diesem inneren Gefühl, von dem, was du ausstrahlen möchtest und wie sich das immer weiter ausbreitet und auch bei deinem Tier ankommt. Und keine Angst, das ist nicht manipulieren, das ist nicht in dem Sinne von, du zwingst deinem Tier damit jetzt etwas auf, was es machen soll, denn unsere Tiere haben natürlich immer die freie Wahl, inwieweit sie uns hören wollen, inwieweit sie auf unsere Botschaften eingehen wollen. Manchmal haben Tiere auch einfach keinen Bock auf etwas und dann reagieren sie nicht. Und da kann man dann auch nicht viel dran ändern, beziehungsweise da müsste man dann nochmal nachfragen, warum möchtest du das denn nicht? Können wir vielleicht einen anderen Weg finden? Da dann wieder im Dialog mit dem Tier. Aber das ist dann wieder ein anderes Thema für eine andere Podcast-Episode. Ja, soweit erstmal dazu. Ich hoffe, ich konnte dich dafür gewinnen, animieren, das auch mal noch mehr mit deinem Körper zu versuchen, noch präsenter in deinem Körper zu sein. Weitere Techniken für die Kommunikation über deinen Körper und über deine Emotionen findest du dann in meinem bald erscheinenden Online-Kurs auf einer Wellenlänge, wo es darum geht, dass du zum intuitiven Wegbegleiter für dein Tier werden kannst und dass ihr gemeinsam euren Alltag noch spielerischer und intuitiver meistern könnt. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen und wenn du gerne noch mehr erfahren würdest, wenn du noch mehr Fragen hast zu einem Bereich über die Kommunikation mit Tieren, dann sende mir doch gerne eine E-Mail und stell die Frage. Vielleicht können wir sie hier auch im Podcast unterbringen oder in einem Video, wie auch immer. Schreib mir gerne eine Mail an info-at-seelenfreunde-tk.de Ja, ich freue mich natürlich auch auf Rückmeldungen, wenn du es versucht hast, wie es geklappt hat bei dir und deinem Tier. Und ich wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Freude beim Ausprobieren und sag dann bis zum nächsten Mal. Hat dir die Episode gefallen? Um nichts mehr zu verpassen, abonniere meinen Podcast und hinterlasse mir gerne eine Bewertung. Weitere Tipps für dich und dein Tier bekommst du auch auf meiner Webseite www.seelenfreunde-tierkommunikation.de Ich wünsche dir und deinem Tier noch eine wundervolle Zeit und hoffe, dass du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist.